Die NDR Talkshow-Klassiks. Heute mit. Wann werden Sie jähzornig? Ach, wenn Leute Unfug reden oder hinter dem Rücken, das mag ich überhaupt nicht. Also Unehrlichkeit, damit kann ich ganz schlecht umgehen. Aber dann dürfen Sie nicht bei einem Fernsehsender beschäftigt sein. Ich bin ja bei dem ZDF, dem Zentrum der Freude, da passiert das nicht. Das heißt Zentrum der Fensternis, wie wir alle sind. Das gibt mir eine Gehaltserhöhung, oder? Beim Zentrum der Freude moderieren Sie die Nachrichten und das Morgenmagazin. Was wird denn aus dem Hund? Die sind abends nicht da, die sind morgens nicht da. Der braucht doch eine Selbsthilfegruppe, um einigermaßen zu überleben. So, wir gehen. Nein, also es funktioniert aber. Der sucht Trost. 1000 Euro können Sie haben. Niemals, für kein Geld der Welt würde ich dieses Tier abgeben. Nein, aber ganz im Ernst, es ist natürlich, entweder habe ich am Morgen gearbeitet oder am Abend. Und je nachdem, welche Sendung es war, kann ich sie mitnehmen. Und ansonsten gibt es, wie für Kinder, auch für Hunde mittlerweile, Sitter. Die kann man bezahlen und da ist sie dann wirklich in ganz guten Händen und ich kann entspannt arbeiten. Ohne dem würde es wirklich auch nicht funktionieren. Was ich bewundere ist, jetzt machen Sie das Morgenmagazin. Ja, ich weiß, andere müssen auch früh aufstehen und das hat auch meinen Respekt. Aber Sie müssen, andere dürfen misslaunig in der U-Bahn sitzen, nachdem Sie früh aufgestanden sind. Aber Sie müssen ja da morgens kommen, um die Ecke biegen und sagen, hallo, das Wetter ist mal wieder schlecht und alles ist aber toll. Das macht ja Gott sei Dank Ben. Naja, was ist, ich bin tatsächlich ein... Heißt du eigentlich wirklich Wettervogel? Nein. Habe ich Sie gefragt? Ich weiß es aber, ich ärgere mich da immer drüber. Der heißt Benedikt Vogel und der Wettervogel ist von SWF 3 für ihn erfunden worden. Ist das so? Ich schwöre. Jetzt rede ich schon wieder auf, ne? Ja. So ein Hals. Aber ich bin schon wieder ruhig. So ein Hals. Ist ja nicht so schlimm, kreatives Köpfchen. Aber es ist doch gut, dass wir es rausgefunden haben. Ich bin Ihnen dankbar. Ich wollte mich auch nicht einmischen. Du bringst eine Frage, die ich immer beantwortet haben wollte. Heißt der wirklich Wettervogel? Er heißt Benedikt Vogel. Benedikt Vogel. Da hätte er ja auch Pilot werden können, sozusagen mit dem Namen. Was ist denn das? Wieso das denn? Wo kommt das jetzt her? Was ist denn das für eine Assoziation? Frau Heier, das wollen wir nicht vertiefen. Was macht denn Ihr Biorhythmus? Hallo. Ja. Völlig abgelenkt. Ich habe eigentlich, glaube ich, gar keinen. Die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt. Dankeschön. Gute Frage. Gute Frage. Super Frage. Nein, aber ich glaube, ich habe einfach keinen. Ich denke nicht drüber nach. Ich stehe auf, wann immer ich aufstehen muss und freue mich auf meine Arbeit. Und ich glaube, das kann jeder hier im Kreis bestätigen. Wenn man seinen Job gerne macht, dann nimmt man auch viel in Kauf. Ich bin wirklich ein totaler Morgenmuffel. Und meine Freunde haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als sie gehört haben, noch öfter früh aufstehen. Aber es ist schwierig. Es ist mitten in der Nacht. Es ist nicht schön. Ich bin eher ein Nachtmensch und gehe um die Uhrzeit eher ins Bett, als dass ich aufstehe. Aber man hat ja noch zwei Stunden, um warm zu laufen. Und wir haben wirklich eine super Redaktion, die lassen einen in Ruhe. Ich komme oft mit Trainingshose und einem Schlabberpulli dahin und der Mütze über den Kopf gezogen. Alle bringen irgendwie mal ein Brötchen oder einen Kaffee und sind ganz freundlich. Und dann geht's. Wann stehen Sie auf? Drei wahrscheinlich. Vier. Halb vier. Wenn ich ganz verrückt bin, ein Viertel vor vier. Aber da ist bei Ihnen eine andere Zeit. Das ist ja so leid. Ich wollte gerade sagen, in Amerika ist ja anders. Das ist jetzt tröstlich. Wann stehen Sie denn auf? Okay, das ist ja bei mir eine andere Zeit. Wann stehen Sie denn auf? Halb sieben, da tue ich mir schon immer ganz schön wein. Das ist aber auch schon ganz schön früh. Ja, Sohn, Frühstück machen. Der redet zwar da noch nicht, aber wenigstens. Ja, Frühstück machen. Sie verlassen Klaus Kleber. Schweren Herzens. Aber nicht so richtig. Also nur auf dem Schirm, Gott sei Dank. Wir sind ja befreundet. Und werden jetzt die zentrale Frau im Morgenmagazin, also die Anchor Woman, die Hauptmoderatoren, heißt das, glaube ich. Ach ja, ich bin da leidenschaftslos, was diese Bezeichnung anbelangt. Wir haben halt im ZDF von 5.30 Uhr bis 7 Uhr die Frühschiene und danach ist die Spätschiene und man sagt wahrscheinlich Hauptmoderatorin dazu, weil die Schiene von mehr Menschen gesehen wird. Ob jetzt Haupt oder Neben oder was auch immer. Hauptsache ich sitze da und habe Spaß und mal gucken, wie lange man das durchhält. Mit dem Biorhythmus und dem frühen Aufstehen. Aber das ist doch ein traumhaft schöner Job. Um 5.30 Uhr ein traumhaft schöner Job. Nein, aber das ist abwechslungsreich und wenn man sich einfach, du darfst nicht dagegen anarbeiten. Ich glaube, man muss es einfach akzeptieren. Das ist das, was ich meinte mit dem Aufstehen. Einfach nicht drüber nachdenken und aufstehen, nicht auf die Uhr gucken und versuchen, wann immer es geht, zu schlafen und zu leben. Und das stimmt wirklich. Also ganz viele Leute sagen immer, oh Gott, das ist früher Aufstehen und dann zwei Stunden und jeden Tag was Neues. Aber es ist die beste, mit die beste Sendung, die man moderieren kann. Finde ich auch. Weil man jeden Tag aufs Neue ins Wasser springen muss. Man hat immer neue Leute, man hat immer neue Themen, man hat manchmal Themen oder Begriffe, die man erklären muss, von denen man noch nie gehört hat. Und dann googelt man sie und auch da findet man nichts und denkt, hat die Redaktion sie noch alle? Aber am Ende ist es super. Der Nachname Hayali legt den Verdacht nahe, dass Sie nicht aus Ostfriesland stammen. Nee, aus Datteln. Sie stammen aus einem, kann man das sagen, bürgerlichen Haus. Ihr Vater war Arzt. Sie sind bereits hier in Deutschland geboren. War Ihr Vater begeistert, als er hörte, dass Sie Journalismus machen? Er fand es ganz schrecklich. Ja? Ja. Er wollte immer, dass ich Medizin studiere und ich habe aber mit der Medizin überhaupt nichts am Hut. Also wenn ich eine Spritze sehe, dann suche ich wirklich das Weite oder ich falle um. Also es ist für mich ganz schrecklich. Und er hat es aber nie verstanden. Dann habe ich gesagt, ich will Sport studieren. Dann hat er gesagt, oh Gott, okay, fang erst mal an von mir aus und in einem Jahr spätestens wird sich das bestimmt ändern. Und dann im Sportstudio muss man auch Anatomie und Physiologie bestreiten. Ich hatte da meine Schwierigkeiten, fand es aber ganz spannend und da war nochmal so eine Funke Hoffnung, glaube ich, bei ihm, dass ich nochmal umschwenke. Aber ich habe damit nichts am Hut und wollte immer Sportjournalistin werden, schon mit 12, 13. Liebes Publikum, wenn Sie den Tag mit Adrenalin starten wollen, dann müssen Sie ab Oktober das Morgenmagazin im ZDF angucken. Zentrum der Freude? Denn da sehen Sie, also wenn Sie mich vorher nochmal springt, Frau Hayali und denken Sie dran. Manche sagen auch Zentrum der Finsternis, also man kann das nicht überlegen, was man gerne hätte. Seien Sie vorsichtig. Ich habe mich ja schon geoutet. Zentrum der Finsternis, da könnte Frau Funke ein neues Buch drüber schreiben. Ja. Über das ZDF als Unterwelt sozusagen. Ist das reizvoll und dunkel genug? Was sagst du? Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie bei uns sind. Man sagt ja den Hannoveraner Pferden nach, dass sie besonders gut am Start sind. Wir zwei Hannoveraner wollen beweisen, dass das auch auf Menschen zutrifft. Nicht Ulrich Breitke. Sie auch Hannoveraner? Ich bin auch Hannoveranerin. Na, das gibt es ja nicht. Hannoveraner Pferde. Na, ich habe da so ein Erlebnis gehabt, wenn Sie das schon so sagen, mit meiner Mutter. Meine Mutter war eine sehr stolze Dame und sie ging immer zu diesen Reitturnieren. Ich musste mit und ich war neun Jahre alt und konnte überhaupt nicht reiten. Das konnte man uns doch gar nicht leisten. Aber wir traten immer so ein bisschen auf irgendwie. Meine Mutter stand mit mir an einer Ecke, wo man nicht stehen durfte, wo die Pferde rauskommen, die Reiter rauskommen und es sehr gefährlich war. Da kam einer und sagte, Sie dürfen ja nicht stehen. Und da sagte meine Mutter, und ich stand da mit runtergekutztem Strumpf und ungefähr so groß und ganz dünn, sagte meine Mutter, erlauben Sie mal, mein Sohn ist ein passionierter Reiter. Ein Jockey. Und da hat er gesagt, das kann doch wohl gar nicht sein, der kann doch gar nicht am Pferd sitzen. Das werden Sie wohl nicht beurteilen können. Und dann hat er uns da stehen lassen. Das waren Hannoverische Pferde. Ja, also das ist eindeutig bewiesen, dass die Hannoveraner grundsätzlich am Startklasse sind. So ist es, ich hoffe es doch, ja. Sie haben gerade mit dem Traumschiff eine große Afrika-Reise hinter sich. Bestimmt sind Sie noch voller Eindrücke, oder? Ja, schon. Also ich habe das sehr gerne gemacht, es war eine sehr gute Rolle. Also es ist ja das Wichtigste daran. Und die Reise ist dann das zweite und das war sehr schön. Wir sind in Sambia gewesen, in Botswana gewesen. Und ich habe zum ersten Mal Elefanten in freier Wildbahn gesehen. Und das ist was Ungeheuerliches. Es ist so groß, so stark, so gut, so großzügig. Die gingen zweieinhalb Meter an uns vorbei. Zehn riesen Bullen ins Wasser. Und ging auf der anderen Seite auf so eine Insel. Das war ungeheuerlich. Also das war fast wie in einer Kirche. Das war toll. Und dann sind wir auf dieses schöne Schiff auf die MS Deutschland gegangen und haben da weiter gedreht. Und es gibt wirklich nichts Schöneres, als mit so einem großen, schönen Schiff auf dem Meer rumzufahren. Aber es war doch bestimmt nicht nur schön. Sie sind doch in Afrika auch ins Land gegangen. Und man hat doch da bestimmt auch erschreckend. Ja, da sieht man unseren Zivilisationsmüll. Ja. Und den Menschen da ihr Leben geklaut hatte und hat ihnen dafür Plastikflaschen und Plastiktüten hingestellt, die sie ja gar nicht verbrennen können. Es gibt keine Verbrennungsanlagen, keine Müllbeseitigungsmöglichkeiten. Es ist traurig. Und es gibt eben eine Art von Armut, die Menschen die Würde nimmt. Und es gibt eine Art von Mangel, das habe ich auch gesehen, der Menschen verhältnismäßig glücklich sein lässt. Obwohl das sehr merkwürdig klingt, wenn man so etwas sagt. Aber es ist so. Ich sehe hier, wenn ich zurückkomme, Menschen, die sind so unzufrieden und haben wirklich alles. Ist das Deutschland dann anders, wenn Sie dann so zurückkommen? Oder freuen Sie sich auch wieder auf Ihr Land, weil es da bestimmte Dinge gibt? Oh, ich freue mich sehr. Ich habe eine sehr, ich muss diese Sprache sprechen und so. Ich bin ja auch viel in Auslandsproduktionen gewesen, in Russland und in England und so. Und ich merke, dass mir die Sprache immer sehr fehlt. Und dieser Hintergrund von Kultur, der hier herrscht, ist natürlich auch, wenn man in Australien ist oder Kanada oder so, wo es wunderbar ist. Die Landschaften hauen einen um, ob das Australien ist oder Kanada, wie gesagt. Das ist toll. Und trotzdem habe ich immer Sehnsucht nach zu Hause. Also ich bin so eine Heimatfritze. Aber auch die Ordnung und so etwas finden Sie auch nicht schlecht. Ach, die Ordnung ist nicht das schon nach mir so, ach, die Ordnung. Und so etwas, müssen Sie die nicht haben. Ordnung habe ich in meinen Schränken auch nicht. Also die muss ich auch offiziell nicht immer haben. Das ist doch ein unordentlicher Pleitgeist. Ja, vor dem Schrank sieht es ganz toll aus. Und in dem Schrank ist, nein, nein, an Ordnung wenig zu interessiert. Aber die Frisur ist ja ordentlich. Ist frisch gewaschen. Auch nicht. Ist frisch gewaschen. Die habe ich vor zwei Stunden gewaschen. Auch frisch geföhnt. Nee, nicht geföhnt. Das lasse ich so trocknen. Deine Bürste, das kann ja jeder. Das ist einfach. Das ist auch frisch geföhnt. Das ist eher poliert. Das ist ganz einfach. Ich bin aber der Einzige, der nicht geschminkt ist übrigens heute hier. Ja, das hat sich nur bemerkt. Ich bin nur gepudert zum Beispiel. Aber nur ein ganz bisschen abgepudert sind die Männer. Sie haben sich schon immer sehr engagiert. Also Sie waren in der Friedensbewegung aktiv. Ist davon heute noch was übrig geblieben? Also haben Sie das in die Zeiten gerettet? Ich finde, jeder vernünftige Mensch sollte doch finden, dass die Welt nicht so eingerichtet ist, wie sie eingerichtet sein sollte. Das ist doch, das ist ja eine Binsenweisheit. Es ist schrecklich, so was sagen zu müssen. Also dass jeder nur auf seinen eigenen Haufen sozusagen. Ich verstehe. Das ist ja Wahnsinn. Also das geht ja gar nicht. Man muss ja wieder solidarischer sein. Ich bin im Internat groß geworden. Vielleicht kommt das daher. Ich war sieben Jahre im Internat. Und ich habe so viel für das übrig, was man früher mal Kameradschaft nannte, was ein merkwürdiger Begriff ist durch Militär und solche Sachen. Und nennen wir das mal Solidarität. Ich finde das schon sehr wichtig. Und ich bin nun auch durch meinen Beruf, wie viele von uns, in vielen Teilen der Welt, wo es wirklich nicht toll zugeht. Und das muss sich irgendwann mal ändern, sonst gibt es Kriege über Kriege wieder. Die Zuschauer kennen Sie alle von vielen, vielen tollen Rollen, Haus am See, nicht von schlechten Eltern, Jenny und Co. Aber man vergisst immer dabei, dass so ein Vollblutschauspieler 20 Jahre lang auf den renommiertesten Bühnen Deutschlands gestanden hat und hervorragende Rollen gespielt hat. Sie haben sich dann aber entschieden, Fernsehen dem Theater vorzuziehen. Dabei sagt man doch immer so, beim Fernsehen werden die Rollen so eher festgelegt und der beliebigere Typ kommt besser durch. Was ist Ihnen da entgegengekommen beim Fernsehen? Also ich habe wirklich damit angefangen, weil ich ein paar Mal konnte ich ja sowas machen. Wenn man in so einem großen Theater spielt, die engagieren einen ja nicht, damit sie einen immerzu zum Filmen oder zum Fernsehen loslassen. Das ist ja, man kann ja so ein Ensemble auch nicht im Stich lassen. Also man durfte nicht. Ich war lange bei Klaus Peimann, der ließ einfach überhaupt nichts zu auf dem Sektor. Und ich habe aber durch, ich habe mal einen Sechsteiler gemacht mit Klaus Emmerich, so eine ganz witzige politische, so eine Bonner Geschichte, ganz schöne, wilde Drehbücher von der Elke Heidenreich geschrieben und da habe ich Blut geleckt. Also dieses nahe Spielen, ich liebe dich nur mit den Augen sagen und nicht mehr über eine halbe Seite, wie man das im Theater muss, weil das ja in der 24. und 42. Reihe auch noch begriffen werden muss. Das ist eigentlich mal ganz einfach gesagt der Grund, warum ich damit angefangen habe. Es ist schön, mit der Haut zu spielen, mit den Augen und so zu korrespondieren. Das ist einfach wunderbar. Und wirklich was in sich entstehen zu lassen, was Menschen berührt. Also ich meine Augen, die sich plötzlich dunkelfärben zeigen, da geht irgendwas los, da kommt Blut in den Kopf oder Wut oder irgendwas und das sind so tolle Sachen. Wut kommt doch gerne bei Ihnen in den Kopf, auch außerhalb der Rollen, oder? Wenn Sie mich fragen würden, was würde ich anders machen, ich würde gerne gelassener auf vieles reagieren und nicht so gefühlsmisch so stark. Ich würde lieber rationaler reagieren, wenn ich mir das wünschen könnte, aber das kann ich nicht. Aber Sie hassen auch das Wort Coolness, Sie mögen das auch nicht so. Ja, ich mag das nicht, aber rationaler würde ich mir schon ein bisschen wünschen für mich. Aber dieses, ja, Coolness ist ja cool, ist eigentlich auch was ganz Heißes. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen missverstanden. Ich mag dieses coole Getue nicht, also aus dem schwarzen Jeep steigen, mit einer Sonnenbrille, Brille runter, Augen halt zu und geil gucken, das finde ich einfach blöd. Ich will nur mal was tun, ein bisschen mal das Maul aufreißen und sagen. Ralf Richter, was sagen Sie dazu? Aus dem Auto steigen, Brille, geil gucken. Wie finden Sie das? Ich steige nicht so oft aus, ich fahre meist schnell. Aber Coolness? Aber Sonnenbrillen trage ich überhaupt nicht. Aber jetzt sagen Sie den Begriff Coolness, wie interpretieren Sie den? Ja, eigentlich so ganz ähnlich, also mich interessiert das auch nicht. Ich komme aus einer Familie mit acht Kindern. Für mich sind Kinder der Mittelpunkt der Welt. Ich habe zwei, mit meinem Sohn wohne ich zusammen, meine Tochter ist vorgestern zehn geworden. Und im April werde ich wieder Vater. Ich fahre sehr gerne Auto. Ich finde das auch cool, im schnellen Auto zu fahren, aber ich finde das schnelle Fahren cool. Ja, habe ich kapiert. Nicht aus einem schnellen Auto auszusteigen. Ich würde es immer um drei Ecken parken, weil das sieht so scheiße aus, wenn ich aussteige. Herr Pleitgen, was war denn so Ihr erster Auslöser? Stimmt das mit dem Truffoldini, dass Sie da zuerst diese Rolle des Rübels gespielt haben? Wie hieß er nochmal, der Goldoni? Achso, nee, das war so komisch. Ich bin ja auch so aus so bürgerlichen Verhältnissen. Ja. Und auch so wohl erzogen. Und meine Mutter sagte auch, hast du da einen Diener gemacht? Und solche Sachen, weil also, ich meine... Kenn ich auch, das kenn ich auch. Nur Knicks hieß das bei den Mädels. Ja, das war eine ganz prima Frau. Also, nur das war einfach so. Und dann wurde gekämpft um die langen Haare, die wurden geschnitten. Und irgendwann beuchte ich mich dann und sagte, ja, dann wurden die wieder abgeschnitten. Und dann... Ja, ich war so. Und plötzlich fragten die mich, weil jemand krank geworden war in meinem etwas ziemlich kunstsinnigen Internat, ob ich das nicht in eine Rolle übernehmen wollte. Das fand ich unheimlich albern. Ja, also, dann bin ich da hingegangen und war plötzlich ganz überrascht, wie schön das war, dass ich plötzlich einen unglaublich betrügerischen, witzigen Typ spielen konnte. So war ich eigentlich nicht angelegt. Und das hat irgendwie so einen Auslöser gegeben. Und die haben furchtbar gelacht. So ein Grübel war das, ne? Ich war plötzlich auch auf einer Art Mittelpunkt, wie ich das vorher nie gewesen war. Da haben sie blutgelegt. Ich konnte plötzlich was, was andere nicht so konnten. Ja. Sonst war das immer so, ich war in Deutsch gut, aber alles... Ich war sonst durchschnittlich im Sport. Es gab auch andere, die das konnten. Aber sonst... Und das konnten andere nicht. Herr Pleitgen, Sie haben schon von Ihrer Mutter erzählt. Sie sind ja als Einzelkind aufgewachsen bei Mutter und Großmutter. Was hatte denn die Großmutter für einen Einfluss auf Sie? Ja, ganz groß. Meine Großmutter war ausgebildete Pianistin und eine sehr kunstsinnige Frau. Und wir machten das Licht aus und hörten Hörspiele. Also im Dunkeln. Also der haben Sie im Grunde ja auch dann diese Ader und... Ja, meine Mutter malte und so. Das war natürlich alles sehr dilettantisch. Aber es war so eine Atmosphäre. Und ich fand das ganz schön, dass es noch was anderes gab, außer Essen und Trinken und irgendwie zur Schule gehen. Und wie gesagt, wir machten das Licht aus und hörten Hörspiele und Musik. Und das war ganz schön. Nicht, dass ich davon irgendwas... Also es gibt ja Leute, die, sage ich mal, mit sechs Jahren schon Faust gelesen und so. War alles gar nichts. Das war nicht ganz so. Nein, ich versuche die ganze Zeit Ihren Blick zu deuten, wenn Sie das jetzt so hören. Schönen gerne zu. Ja gut, das schaust du. Ja, es geht immer irgendwie. Dann nimmt sich vor, so zu gucken jetzt. Ich gucke jetzt ein bisschen kritisch. Ich denke mal so, Mensch, da gibt es ein paar Dinge, die weiß ich noch gar nicht von dem. Ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Schönen Dank, Herr Pleipkens. Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen. Ich freue mich sehr, jetzt zwei Gäste, zwei Damen, zwei Stars zu haben, die noch nie gemeinsam in einer Talkshow waren. Das stimmt, das stimmt, zum allerersten Mal. Tina York und Mary Rose. Genau. Ich will nicht noch mal das Thema jetzt intensivieren, dass Sie ja jahrelang, jahrelang in Bad Zwischenahnen Urlaub gemacht haben. In Niedersachsen. In Niedersachsen, das nicht. Sondern ich würde mich viel mehr davon interessieren, wo das dafür interessiert, wo es Land... Ich glaube, ich fange den Satz noch mal an. Ich interessiere mich sehr dafür, wo es landsmannschaftlich begann. Sie kommen beide aus Bingen. Gebürtig, ja. Nah an der Vulkaneifel. Am Rhein. Noch steht es. Die Eltern waren Gastwirte oder Hoteliers. Da lernt man viele Gäste kennen. Meine auch. Was? Ja? Ich ist ja verrückt. Aber jetzt müssen wir uns nachher mal aussprechen. Dann wird was aus dir. Ja, ja. Ich kann immer auf was zurückfallen. Und wir können mit Messer und Gabel essen, stimmt's? Na richtig. Genau. Aber ihr habt für die Gäste, als ihr klein war, angefangen zu singen. Ja, wir waren eigentlich schon immer sehr geschäftstüchtig, muss ich sagen. Wir haben immer so kleine Theaterstücke aufgeführt. Der jodelnde Kaspar. Ja. 50 Pfennig. Echt? Ja. Und Mary hat kassiert. Ja? Ja. Mary hat kassiert und du hast gespielt? Also sie war der Manager quasi. Nein, nein. Nein, nein. Wir haben uns Stücke ausgedacht und haben das dann vorgeführt. Und dann haben wir uns immer irgendwas verdient. Und dann gab es irgendwie mal nach ein paar Jahren ein paar Rollschuhe dafür oder sowas. Herr Fitz, haben Sie auch gespielt? So für die Gäste? Nein, nein, nein. Ich durfte nur bedienen. Ach ja? Ja, du wissen, also gewusst haben unsere Eltern das ja auch nicht. Das haben wir heimlich gemacht. Das haben wir nie geduldet. Oh Gott. Und die Gäste heimlich angesprochen. Und Tina war immer so klein, ja? Und dann hat sie gesagt, ja, wieso bist du denn so klein? Dann hat sie gesagt, ja, ich bin eine Leliputanerin. Das fand sie ganz so. Und ich hatte immer Angst. Ja, weil wenn, wenn, die haben dann immer gesagt, ach, die ist so klein und so niedlich, die nehmen wir mit. Ach so. Da hatte ich immer Angst, ja. Tina, ist so eine ältere, größere Schwester wie Mary nicht auch furchtbar nervend? Ja, klar. Ich hab sie gefragt. Also wir sind ja zu Hause vier Geschwister und wir haben uns ganz schön gegenseitig genervt. Also da hat jetzt Mary keine Paradestellung. Ich hab sie garantiert genauso genervt, wie sie mich. Und ich kann mich gut erinnern, wir waren mal in einem Zug, da waren wir noch sehr, sehr jung und ich hab Mary so vollgequasselt. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich geh jetzt in ein anderes Abteil. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, geh hin. War das schon die Zeit, wo ihr beide bekannt wart? Nein. Was ist das für eine jüngere Schwester, für ein Gefühl? Die Mary ging ja ab durch die Decke, darf ich mal umgangssprachlich sagen, wie Schmidts Katze. Och nö. Also ich kenne Mary ja noch... Länger als du. Das bestätige ich gern. Und Mary hat ja sehr früh angefangen, mit acht Jahren. Das hätt sie jetzt weglassen können? Wieso denn? Ja, jetzt rechnet jeder nach. Nein, nein. Und, ähm, also ich war es gewohnt, dass Mary ihr Leben lang gesungen hat. Also es war klar, Bühne und, äh, wir hatten die Vorteile natürlich. Wir sind Mary dann in den großen Ferien hinterhergereist. Und wir haben zu einer Zeit Roy Black kennengelernt. Da waren die alle in der Klasse ganz neidisch. Und wir haben immer Hotelzimmer umgebaut. Ja. Machen wir heute. Ja, Hotelzimmer fand ich furchtbar immer früher. Und dann haben wir gesagt, müssen wir umbauen. Wir machen es uns schön. Ach so, ich dachte, umbauen ist jetzt so ein anderes Wort für zerstören. So wie die echten Rockstars, die dann mal ein Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben. Schöner, küppcher gemacht. Das war die Zeit, wo alle Sänger amerikanische Namen bekamen. Tina York, Roy Black, Jack White, Mary Rose. Ja, aber ich hab mich ein bisschen geweigert. Also ich hab wenigstens meinen Vornamen genommen, hab ihn wenigstens nur umgedreht. Ich dachte, ein bisschen was wollte ich schon behalten. Aber, ja, es war einfach so. In den 70er Jahren war das so. Wie ist Tina York, wie bist du in das Geschäft gekommen? Also, ich sage es jetzt, ich erzähle es immer genau so. Und Mary kriegt jedes Mal so einen dicken Hals. Weil ich immer sage, ich bin bei der ersten Hochzeit von Mary entdeckt worden. Ja, ich hatte zweimal das Vergnügen. Aber mein erster Mann sitzt da. Der ist hier. Ja. Ich wollte nur sagen, es gibt auch Ehe, die sich trennen. Ja. Und wir sind auch hier. Und wir sind auch hier mit seiner Frau befreundet. Und da sagte vorhin Kiwi, das geht ja überhaupt nicht. Das geht ja nicht. Seid ehrlich, das ist eure Schwester. Mit Franzosen geht's sogar. Ach so, der Pierre heißt Pierre Scardin. Und alle Leute dachten, das ist Pierre Scardin, die mich geheiratet haben. Ja. Na, der war doch schwul. Das ging doch gar nicht. Aber das war auch lustig. Oh, du hast ja jetzt einen tollen Mann und der hat ja Kohle. Und das war jetzt die erste und die Hochzeit? Die erste von zwei. Und da hast du gesungen? Nein, nein. Mary hat geheiratet und ich war einfach, war tatsächlich eingeladen damals. Und da sah mich der Boss von der Plattenfirma, also heute kann man die ja nennen, die gibt es nicht mehr, die CBS. Und der sagte, sag mal, kannst du denn auch singen? Und ich sagte, ja, das, was die anderen können, kann ich auch. Und ein halbes Jahr später hatte ich meine erste Platte auf dem Markt und ich war ganz glücklich. Das war der Titel von den Tremelos, mir and my life. Auf Deutsch, ne? Auf Deutsch, natürlich. Und der hieß, oh Mama, goodbye. Das ist doch mal eine Übersetzung, Leute, oder? Wie ging der gleich? Ich hatte mich nicht mehr im Ohr. Oh, me and my love. Genau. Yeah. Als deutschen Picture. Ja, das ist klar. Aber da warst du schon auf der Welt. Tremelos war wunderbar. Silence is golden. Silence is golden. Tremelos. Nix. Tremelos. Silence is golden. Silence is golden ist von Tremelos. Genau. Wenn du Bertels das hat. Es gab eine Zeit, da hast du mehr verkauft als Mary. Ja, viel mehr. Ja, in der Zeit konnte man auch noch verkaufen. Heute kann man ja nicht mehr verkaufen. Ja, da konntest du. Du hast eine Platte rausgebracht und dann waren schon 200.000 Platten weg, bevor die überhaupt draußen waren. Das war schon toll. Ist das, ihr Bruder... Aber ich hab Sie das nie spüren lassen. Das war schon immer nicht. Nö. Ich freue mich ganz besonders auf eine ganz beachtliche junge Frau, die jetzt bei uns ist. Sie wurde vor 18 Jahren geboren, allerdings als Tim, nämlich als Junge. Und sie hat aber ziemlich schnell, nämlich seit frühester Kindheit gemerkt, das stimmt alles nicht. Ich bin kein Junge, ich bin eigentlich ein Mädchen. Und hat dann in diesem jungen Alter sowohl Eltern als auch alle Mediziner davon überzeugt, eine Hormontherapie zu machen. Und jetzt eben auch vor drei Jahren eine angleichende Operation. Vor uns sitzt jetzt Kim Petras. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Ich hab's nicht verstanden. Und ja, meine Eltern, also das ist meine erste Erinnerung, also es war einfach intuitiv immer da. Kam das, also ich hab auch Freunde im Freundeskreis, die sagen, mein Sohn verkleidet sich nur, muss ich mir Sorgen machen. Aber das hatte ja bei Ihnen eine ganz andere Qualität. Ist es den Eltern aufgefallen? Ja, natürlich ist es meinen Eltern aufgefallen. Also ich mein, wie ich mich benommen hab, wie ich mit meinen Schwestern gespielt hab, wie ich Tanzen, Singen toll fand, das ist ja nicht ungewöhnlich für Jungen auch nicht. Aber klar haben die gemerkt, dass ich anders war und klar haben die mitbekommen, dass ich deprimiert war, weil ich ein Junge war körperlich. Und die dachten eben, es wäre eine Phase und so. Aber sie haben mich ja jeden Tag miterlebt und jeden Tag miterlebt, dass es sich eben nicht ändert. Und ja, haben sie auch versucht, irgendwelche Dinge dagegen zu tun? Also oft rebelliert man ja dann und sagt dann, na lass ich mir jetzt aber die Haare wachsen oder ich versuche eben mich besonders weiblich zu kleiden. Also meine Eltern sind wirklich, wirklich das Wichtigste für meine Eltern, auch für meine Geschwister, war immer, dass sie glücklich sind. Und meine Eltern wollten uns nie verändern und wir wollten, dass wir so sind, wie wir wirklich sind. Und das finde ich super wichtig, egal ob, also meine Eltern haben mich nicht als Mann oder Frau gesehen, sondern als ich, als Kim. Und das ist einfach eine super Eigenschaft in meinen Eltern, wo ich auch ganz stolz bin, dass ich Eltern wie meine habe. Ja, also. Wem haben Sie sich als allererstes anvertraut mit Ihren, also als Sie diesen Gedanken oder dieses Gefühl formulieren konnten? Mit wem haben Sie als allererstes gesprochen? Mit meiner Mama. Mit der Mama. Genau, also ich war wirklich, das war total der schlechte Tag und so, weil ich wollte unbedingt mit dem Kleid in die Schule gehen und durfte ich eben nicht. Ich musste eben neutralere Sachen anziehen. Und am Abend habe ich dann eben im Bad geweint. Wie alt waren Sie? Fünf, sechs oder so und dann kam eben meine Mutter rein und ich habe mich eben gefragt, was los ist und so und ja, dann habe ich mit ihr geredet und dann hat sie mir eben erzählt, dass es was gibt, was man dagegen machen kann und dass sie das mit mir zusammen machen würde, wenn es immer noch so weitergeht bei mir. Und ja, und das war auf jeden Fall total der Hoffnungsmoment für mich, weil meine Mutter mir gesagt hat, man kann was dagegen machen oder dafür nicht dagegen. Haben Sie noch so Erinnerungen an bestimmte Situationen als Kind, die man besonders schlimm fand? Also ich war zum Beispiel auch ein totales Mädchen, aber ich war auch ein Mädchen und ich wollte zum Beispiel, ich weiß noch, an Fasching war es für mich das Schlimmste, wenn ich, ich musste mal als Teufel verkleidet gehen, das weiß ich noch, das war, ich wollte Balletttänzerin sein und ich musste als Teufel gehen und dann bleide ich heute noch drunter. Also jetzt, im übertragenen Sinn, könnte ich mir vorstellen, dass Ihre Qualen vermutlich damit nicht vergleichbar waren. Wann, erinnern Sie sich an? Also definitiv war es bei mir auch, waren es bei mir auch Klamotten, was erstmal total oberflächlich wirkt, aber es ist ja immerhin ein Weg, sich selbst auszudrücken. Und als ich in die Schule gehen musste und eben keine Kleider anziehen durfte und mich nicht so benehmen durfte, wie ich wollte, weil die Leute dann irgendwas Komisches gesagt haben, meine Mitschüler, das war eigentlich das Schlimmste in meiner Kindheit. Aber Kinder sind doch wirklich grausam in dem Alter, also Mitschüler, Freunde, Schulkameraden. Ich kann mir das vorstellen, das muss ein Spießrutenlauf gewesen sein. Auf jeden Fall, das Seltsame war, dass ich wirklich schon in der Grundschule gute Freundinnen gefunden habe, die zu mir gestanden haben und vor allem, was eben das Wichtigste für mich war, war, dass ich eben den Halt in meiner Familie hatte. Ich konnte nach Hause, ich musste in die Schule gehen, musste mich neutral anziehen. Okay, bin ich dann eben durchgegangen, bin ich nach Hause gekommen, habe ich mir direkt ein Kleid angezogen und durfte sein, wer ich war. Und das war für mich so total wichtig. Und dann waren mir die anderen Kinder auch total egal. Und die guten Freundinnen haben Sie als Kim behandelt, also als Mädchen? Genau. Und damals hießen Sie auch schon Kim? Nein, ich hieß Tim. Tim? Ja. Tim, aber Mädchen eigentlich. Tim war irgendwie Mädchen. Dann rollt ja so, ich sage mal, mit elf, zwölf Jahren langsam die Pubertät auf einen zu. Das ist für Mädchen auch schon schlimmer, aber für Jungen eigentlich ja noch viel tiefgreifender, weil dann wirklich sich körperliche Veränderungen vollziehen. Wie sind Sie damit umgegangen? Also ich habe mit neun und zehn angefangen täglich Panik zu bekommen, dass jetzt irgendwas mit mir passiert und habe dann meine Eltern total gestresst und unter Druck gesetzt, dass sie endlich irgendwas machen. Und dann haben wir zwei Jahre Psychologen durchgeklappert, bis wir irgendwann welche gefunden haben, die mir nicht gesagt haben, ich bin eine komplette Irre. Und ja, was macht man mit so einem Psychologen? Wie sieht das aus? Macht man Gesprächsstunden? Also mit den Schlechten? Mit den Schlechten macht man dann irgendwelche komischen Tests, von wegen siehst du Geister in der Nacht und sowas. Aber mit den Guten redest du eben ganz normal und verhältst dich so, wie du dich normal verhältst. Und dann sagen die vollkommen klar, du verhältst dich total wie ein Mädchen. Das Einzige Unnatürliche an dir ist, dass du so natürlich bist. Und das hat einer Wort für Wort zu mir gesagt. Okay. Und da gab es nie einen Zweifel dran. Nö. Und wenn einer Zweifel geäußert hat, dann haben wir uns über den Fragebogen lustig gemacht. Aber immer mit den Eltern zusammen. Ja, auf jeden Fall. Die waren immer mit dabei. Wir haben uns im Vorgespräch in deine, ihre Eltern versetzt und haben uns überlegt, diese Verantwortung ist doch immens. Man begleitet die geliebte Tochter oder den geliebten Sohn damals in so eine Phase. Die Angst bei mir als Vater wäre doch, dass irgendwann die Frage käme, mein Gott, warum habt ihr das damals gemacht? Zehn, 15 Jahre später sehe ich das ganz anders. Ähm, also ich meine... Das war nicht der Fall. Nee, bei mir, ich meine, ich bin einfach so, wie ich bin. Und meine Eltern sind jetzt total froh. Ich meine, sie haben dazu beigetragen, dass ich ich selbst sein kann. Und das ist ein Riesengeschenk von meinen Eltern. Und deswegen werden sie sich, glaube ich, nie denken, hätte ich was anders gemacht. Die haben es perfekt gemacht, meine Eltern. Ohne die Eltern hätten sie es ja eigentlich auch wirklich nicht machen können, weil sie haben zum Beispiel eine Hormontherapie gemacht mit zwölf. Ich könnte mir vorstellen, dass das umstritten ist. Auf jeden Fall. Aber ich habe eben Psychologen überzeugt. Ich habe Gutachten dafür bekommen. Meine Eltern waren dabei. Es ist vollkommen egal, war es dann. Was ist das Erste, was man also, was man merkt, wenn man solche Hormone isst als, 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 als Mann? Oder als Junge? Man merkt eigentlich schon nichts, was jetzt irgendwie... Also ich bin immer noch genauso im Kopf wie vor. Vorher, nur eben der Körper verändert sich eben, ein kleines bisschen. Und ja, das ist eigentlich okay. Manchmal ist man ein bisschen zickiger, aber... Ja, okay. Das wird auch noch schlimmer im Laufe der Zeit, kann ich sagen. Wie sind die... Wie ist das Umfeld heute? Also wie sind Freunde und Freundinnen organisiert? Hat sich das in irgendeiner Form verändert? Also ein paar Freunde von früher habe ich natürlich nicht mehr, aber meine Freunde wissen alle von meiner Situation, meine Freunde unterstützen mich, sehen mich komplett als Mädchen. Ich habe ein bisschen besondere Freunde. Also viele von meinen Freunden sind schwul oder lesbisch oder was auch immer. Und ich bin eben einfach für Gleichberechtigung, egal ob Sexualität oder Religion oder Frau oder Mann. Und das ist einfach so, wohinter ich stehe. Und was du auch lebst oder gelebt, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit deinen Lebenserfahrungen ja auch vielleicht schon ein bisschen etwas reifer aufs Leben fliegt als so andere 18-Jährige. Ich weiß es nicht. Also teilweise bin ich immer noch genauso dämlich wie ich, wie jeder andere 18-Jährige. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt, dass ich reifer bin, aber ich habe eben eine Riesenerfahrung mehr und ich glaube, ich kann mich einfach, ich weiß einfach, dass ich ich bin. Und das glaube ich schon gut. Was ist denn Ihr Traum beruflich? Mein Traum? Ich bin Musikerin, ich schreibe Songs und ich habe ein ganz tolles Team gefunden, mit dem ich eine EP aufgenommen habe. Was ist eine EP? Eine EP ist ein Mini-Album. Verstehe. Vier Songs, kann ich hier sagen. Vier Songs, ab heute im Netz runterzuladen. Genau. Digitaler Download. Ja, ich bin total stolz. EP. Du bist aber auch, muss man wirklich sagen, schon weltweit bekannt, weil du natürlich mit deiner Geschichte, glaube ich, schon in vielen Sendungen auf der ganzen Welt warst und dann auch immer gesungen hast oder von deinem Gesang erzählt hast und dadurch gibt es eigentlich Fans von Amerika bis Japan. Genau, also mit meiner Musik, das ist im Internet eben super viele Klicks und super viele Leute interessieren sich dafür, nur eben die wenigsten davon aus Deutschland. Also in Spanien habe ich in der Show gesungen, ich war in England, in Amerika und aus irgendeinem Grundkreis auch in China im Fernsehen. Kannst du hier gerne singen? Gib doch mal eine Kostik. Das wird sich ab heute ändern. Ab heute haben wir auch hier Fans in Deutschland. Oh, yes. Darf ich noch eine Sache fragen, die mich interessiert? So eine Geschichte ist ja nicht leicht zu erzählen. Also bei dir, du machst es einem leicht. Also ich hatte auch gedacht, oh Gott, man weiß nicht, wie man das so befragen soll und ob das dann irgendwie unangenehm wird für sie. Aber wann haben Sie sich entschlossen damit wirklich auch der Presse gegenüber offen zu sein oder überhaupt mit der Presse zu reden darüber? Weil das sind ja auch manchmal Geschichten, wo man sagt, oh, das würde ich vielleicht für mich behalten oder? Ich war das mit 12 war ich das erste Mal im Fernsehen mit der Geschichte und zwar kommt das einem auf jeden Fall komisch vor, wenn man so hört, mit 12 da mit im Fernsehen so. Aber mein Gedanke war einfach, ich habe einfach, ich habe dann auch recherchiert und ich habe auch geguckt, wie geht es anderen Leuten und dann habe ich festgestellt, es geht den anderen Leuten nicht gut und meine Situation ist super gelaufen. Ich habe ein riesen Glück, jetzt schon sogar mit zwölf, dass ich die Hormone bekommen habe und andere Leute, die viel älter sind, haben es immer noch nicht geschafft und deswegen bin ich einfach so ein riesen Hoffnungspunkt für andere Leute in dieser Situation, weil sie sich einfach sagen können, die hat es geschafft, ich kann es auch schaffen. Und das war mir einfach schon wichtig, weil ich auch ganz, ja, das mitbekommen habe. Also es ging darum, Vorbild auch zu sein. Gibt es Resonanzen auch von anderen Leuten Hoffnung zu geben? Und gibt es Resonanzen von Betroffenen, von anderen Mädchen und anderen Jungs? Gibt es Resonanz? Auf jeden Fall. Ich kriege ganz viele Nachrichten, ganz viel, naja, Post und alles Mögliche von Leuten, die mich bewundern oder denen ich Hoffnung gegeben habe. Ach, wunderbar. Ich freue mich und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Peters. Unser nächster Gast ist der Traum in Zeiten knapper werdender Kassen. Der Traum eines jeden Programmdirektors, weil sie kaufen ihn ein und haben, sie haben Hugo Egon Balder, sie haben Oliver Geissen, sie haben Kai Pflaume, sie haben Markus Lanz, sie haben Lafer, sie haben Melzer, sie haben Bohlen, sie haben Raab und das zum Preis von Max Giermann. Aber der ist hoch. Seit 2007 im festen Ensemble von Switch Reloaded, eine Sendung, die ich ungern verpasse. Wie erarbeiten Sie sich eine Figur? Also das ist total mechanisch, wenn man so will und auch methodisch. Ich nehme mir ein Diktiergerät, habe da noch so alte Kassetten, die mache ich mir da rein. Dann suche ich mir beim Original, also anhand von DVDs, ein, zwei prägnante Sätze raus. Die spiele ich mir auf dieses Diktiergerät, schreibe mir das dann nochmal ab, markiere mir dann genau die Betonung, wo Pausen sind, Atempausen, wo ein G wie ein weiches G gesprochen wird etc. Und das übe ich dann so lange, spreche ich so lange nach, bis ich irgendwann das Gefühl habe, das klingt ähnlich. Also es ist wirklich reine Streberarbeit und macht nicht so viel Spaß. Aber Arbeit ist richtig Arbeit. Ja, es ist wirklich handwerkliche Arbeit. Also weil ich bin jetzt persönlich echt nicht so jemand, der das so ad hoc kann. Also ich kann überhaupt nicht, ich kann auch keine Dialekte oder sowas. Ich kann jetzt Leute nicht irgendwie so aus dem Ärmel schütteln, also sofort nachmachen. Insofern muss ich mir das wirklich erarbeiten. Und dann setze ich mich da hin und übe und übe und übe und manchmal dauert das eben auch ein bisschen länger. Was heißt das, wie lange dauert das? Zum Beispiel bei Markus Lanz war es auch ein ziemlicher Act. Ja, also im Idealfall haben wir so zwei bis drei Wochen Vorlauf. Und dann kann man halt jeden Tag mal wieder so ein bisschen rangehen und dann kann man sich mal wieder ein bisschen setzen lassen. Aber manchmal, also manche Figuren, auch jetzt bei Harald Schmidt oder so, manchmal hat man dann auch nur so drei, vier Tage gehabt. Aber wer hilft dir dann da? Und warum war Markus Lanz ein Act? Weil den fanden wir beide am gelungensten. Ja, wahrscheinlich fanden sie den am gelungensten, weil man bei ihm irgendwie sich fragt, was hat der eigentlich? Er wirkt halt sehr glatt und sehr blass und das ist auch mein Problem dann als, also ich sag das jetzt gar nicht so bewertend. Es war neutral. Ja, genau. Absolut. Blass ist absolut positiv. Man kann es als Kompliment sehen. Ja. Nein, also, naja, was soll ich sagen, er hat halt nun mal nicht so viele markante Merkmale. Ist auch ein gut aussehender Mann, da hilft die Maske auch nicht so viel. Und da muss man halt viel genauer hinschauen und muss sich dann halt an so kleinen Sachen festhalten. Und da ist man natürlich dann halt froh, wenn man irgendwie mal was findet. Das ist dann wirklich... Aber Barbara wollte wissen, wer hilft Ihnen? Niemand. Also im Prinzip ist es so, wir kommen bei Switch oder auch bei den anderen Sachen, kommen wir an Set mit der Rolle und dann legt man los. Man macht eine Probe, dann wird gedreht. Echt? Und vielleicht ist das ja gar nicht gut dann. Ja, dann ist mein Problem. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Altmeister Walkes? Walkes? Ich dachte schon, ich werde hier als Markus Lanz. Darüber werden wir gleich noch zu reden haben. Super, also wirklich toll. Also man muss wirklich sagen, ich hatte natürlich einen Heiden Respekt, auch eine gewisse Ehrfurcht. Man denkt erstmal so, oh Gott, der große Altmeister. Und dann tritt einem so ein lebensfroher, unglaublich offener Mensch gegenüber, der ist ja wirklich Kind geblieben. Und das macht auch, finde ich, den Zauber seiner Arbeit aus. Und auch der Zusammenarbeit mit ihm, dass er wirklich ein Spielkind ist und gar keine Allüren hat. Und der großzügigste Mensch, den ich seit langem getroffen habe, ist. Und das hat wirklich große Freude gemacht. Das war ein ganz tolles Team. Und ich hoffe, dass ich das auch so ein bisschen auf diesen Film übertragen habe. Kannst du den nicht in dein Repertoire aufnehmen, Otto? Habe ich tatsächlich zu Anfang überlegt, ob ich das machen sollte. Aber dann irgendwie, ich glaube, ich habe ihn dafür auch zu gern irgendwie. Also so ein bisschen ist es ja schon eine Verballhornung derjenigen, die ich nachmache. Und das möchte ich eigentlich bei Otto nicht. So, mögen darf man die nicht. Naja, doch. Nicht zu nah. Hallo. Aber nicht zu nah darf man ihn sein wahrscheinlich. Eine Frage nach der anderen. Ja. Nein, also es hilft natürlich, wenn man sie nicht mag. Ach doch. Das hilft. Also natürlich, ich muss mir die ja stundenlang reinziehen und irgendwie, wenn ich eine Motivation, also du hast ja die Motivation, ans Reck zu gehen jeden Tag. Die fehlt mir manchmal. Ich muss ja auch hart für arbeiten. Und dann hilft es manchmal, wenn ich denke, dem kann ich jetzt endlich mal eine reingeben. Aber das ist ja eigentlich auch nicht mein Ziel und das ist auch nicht meine Motivation. Es hilft, aber es hilft auch genauso, wenn man die gut findet. Also viele meiner Parodien würde ich als Hommage auch irgendwo bezeichnen. Nur bei Otto, da traue ich mich das nicht. Welche war eine Hommage? Welche war jetzt? Welche war es denn jetzt? Die Frage war, welche war eine Hommage? Jetzt muss ich nicht über eine Liebeserklärung. Also eine meiner allerersten war Tim Melzer. Und da muss ich sagen, ich habe von Tim wirklich total viel, also ich habe von ihm eigentlich kochen gelernt, weil ich habe tatsächlich früher immer diese Sendung schmeckt nicht, gibt's nicht geguckt. Hallo, ich bin Tim Melzer und ich zeige ihm, wie viel Fantasie und wenig Zutaten tolle Sachen kochen kann. So ging die immer los. Wenn man es dann einmal kann, ist es dankbar. Dann tickelt man durch Deutschland damit. Ach so meine Damen und Herren. Hallo Florian. Nein, nein. Aber was auffällt in dem Personal, was Ihnen zur Verfügung steht, ist es keine Frau drunter. Ja, das wäre nochmal eine Herausforderung. Ich meine, da war ja gerade die Überlegung. Ja, die Damen sind einfach zu hübsch. Das würde ich tatsächlich nicht hinkriegen. Weil man muss mir ja meistens was ankleben. Also das ist immer das Schwierige bei hübschen Menschen. Bei Frauen ist das auch das Problem. Es müsste eine Frau sein, die sehr markant ist. Frau Merkel ist ja nun schon so oft gemacht worden. Das würde mich nicht reizen. Aber wer hier eine Idee hat, kann gerne schreiben. Ja, wir blenden doch mal eben die E-Mail-Adresse ein. Oder rufen Sie an unter 0180, das ist übrigens Kalb Pflaume. Ja. 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 Was ist mit Lagerfeld? Ich hasse dich ja eigentlich, wenn die ganzen Stimmen-Imitatoren ... Aber das erwartet man ja auch ein Stück weit von dir. Ja, das stimmt. Weißt du, es ist dein Job auch irgendwie. Was ist mit Lagerfeld? Ich möchte nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich bin ein totaler Fett. Ich bin jetzt das gleiche Stolen. Ich bin nicht gerade Chanel, aber es passen immer in zwei Reihen. Doch, doch, doch. Soll ich? Also pass mal auf, ja. Also deine Performance eben, ja, also die war echt hammermäßig. Und eine Sache noch zu deinem Outfit, ja, also die Frisur hatte ich in den 80ern auch da. Aber bei dir sieht das nicht viel geiler aus als bei mir, du, hammermäßig. Aber ich glaube, besser können wir nicht aus der Sendung rausgehen. Wir hatten heute das erste Mal seit, glaube ich, 25 Jahren nicht acht Gäste, sondern 16 Gäste hier. Und das wollen wir jetzt jedes Mal so haben. Und die letzten acht waren alle quasi fast gratis. Also insofern. Ohne Aufforderung. Das wäre besonders freilich. Ohne Aufforderung. Also ich danke Ihnen. Das war wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben schon mal 1994, warst du ein meiner ersten Gäste. Und da gibt es einen, wir haben uns beide nicht verheirkt. In Blond, wa? Wir haben uns beide nicht verheirkt. Wir gucken mal rein. Der Traum eines jeden Moderators wird wahr. Nina Hagen ist da, man weiß nie was passiert. Weiß man in der Sendung sowieso nicht. Das kommt immer auf die Moderaten drauf. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen. Weg ist es. Toll. Also wir haben... Toll. Toll. Du bist gerade... Schauen wir mal, gehen wir mal in die Gegenwart. Du bist jetzt 60 geworden. Ich werde zum nächsten Jahr. Wie ist das? Klär's mir auch. Muss man sich Sorgen machen? Ist ganz normal. Und ich hatte das große Glück, wieder an der Im Vortag im Berliner Ensemble einen Auftritt haben zu dürfen. Und wir hatten ein tolles Publikum. Und wir haben unser Brecht-Programm, Brecht und many, many more, gemacht. Und so bin ich in den 16. reingearbeitet, mich reingearbeitet. Also es war keine... Ich arbeite immer gern an Geburtstagen. Ja. Ich möchte gern einen Austausch haben und nicht nur da so sitzen und beglückwünscht zu werden, dass die Mutter es geschafft hat, einen auf die Welt zu bringen. Ist auch albern, ne? Ich finde das mit den Geburtstagen immer ein bisschen too much der Ehre. You know, it's eigentlich... Müsste eigentlich Muttertag heißen, wa? Labor-Tag. Bist du nicht 50? Labor-Tag. Kann es sein? Kann es sein? Kann es sein, dass du noch mal Nummern... Ja? Nee, oder auch nicht. 40. Diese ganzen Jahreszahlen sind nur Nummern. Und ich... I repeat, we're just visiting this planet for a quite short time. Very short time. So let's make the best of it. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist kurz, auch wenn's lang ist. Ja! Die hat ja so recht. Aber Guido, wie ist das mit dir? Du hast... Du bist 50, das war für dich auch ein harter Schlag, oder? Nee, ich bin ja guter Gesellschafter, da sind ja so viele 50 dieses Jahr geworden. Aber das halbe Land ist 50 geworden. Ja. Schau dich nachher. Schauten Sie, es ist 40. Ja, erst. Aber ganz viele schon 50. Und es war... Ich muss sagen, es hat nicht irgendwie... Ich hab vorhin schon mal nachgedacht. Und jetzt, als ich dann 50 war, hast du ganz viele Mails und Leute schicken dir und schicken dir Sachen. Und da dachte ich, das ist schon weird. Ich hab wirklich nicht drüber nachgedacht. Es ist mein Frank aber auch 60 geworden. Deswegen dachte ich, das ist noch viel... Ich find das so verdächtig, wenn man gefragt wird, jetzt sind sie 50 oder 60 oder 40 geworden. Wie bist du eigentlich, deswegen eine völlig andere Frage ist in diesem Moment vorbei. Wie bist du eigentlich zum Punk gekommen? Ich hab mich das immer gefragt damals in der DDR. Wenn du heute als Godmother des Punk das uns mal erzählst. Wie ist das passiert? Also 76 im Dezember aus der DDR raus. Ja, aber vorher warst du ja schon. Nö, ich war Roxy Music Fan, ich war Hippie, ich war Beatles Fan, großer Rock Fan. Am Anfang auch mal im klassischen Sinne Schlagersängerin. Nein, da war ich nur auf einer Schule, wo viele Schlagersänger auch studiert haben. Also Gesang und Entertainment und so weiter. Ich war auf einer Entertainment-Schule. Ich hab dich gesehen in einem DDR. Du hast den Farbfilm vergessen, lieber Hans. Aber das ist mit einer Rock Band aufgenommen worden. Wir hießen Automobil und wir haben Rockmusik gemacht. Und der Farbfilm, das sollte eine Schlager-Verscheißerung sein sozusagen. Kam ja auch so rüber. Ja, und ich hatte aber viele Freunde unter den Schlagersängern, obwohl die mir auch während der Studienzeit Albträume bereitet haben. Weil ich hab das immer so bisschen als Volksverdummungsindustrie empfunden, die ganze Schlager-Muck. Ist ja auch ein bisschen intellektuell unanspruchsvoll. Aber wo war, weil du sagst, da gab es auch Freunde? Welche Schlagersänger? Na, der Egert Göbel, wie sie alle heißen. Frank Schöbel, Frank Schöbel war da auch mal. Achim Menzel war hier auch mal. Achim Menzel, mit dem war ich zusammen beim Alphons-Wonneberg-Orchester und bei Fritzens Stamper-Band. Und wir hatten ganz viel Spaß auf Tour. Wir haben die ganze DDR von oben bis unten, Norden, Süden, Südosten, Südosten, Südwesten, jedes Dörfchen haben wir bemuckt. Und zwar von Mittwoch bis Sonntag und von Montag bis Dienstag, also Mittwoch war frei. Und dann ging es wieder los. Und ich habe Schlager gemacht, auch kommerziell, Kommerz. Ich habe allen meinen Jazz-Freunden und Rocksängerinnen gesagt, wisst ihr was, solange ich noch in der DDR bin, mache ich Kommerz-Mucke. Weil ich möchte gerne versuchen, damit über die Grenze zu kommen. Denn meine kommerziellen Kollegen, die in den Orchestern gespielt haben, Achim Menzel, die sind ja oft in West-Berlin zur Mucke gefahren. Ach, Achim durfte schon mal rüber. Achim ist dann auch in Westen abgehauen, ist aber reumütig wieder zurückgekehrt. Ach, schau. Das fand die DDR auch ganz toll, dass es sowas gab. Und ich bin ja auch mal abgehauen mit 16 nach Polen und wollte von dort aus weiter in den Westen. Wollt es dann weiter nach Frankreich. Ich bin auch da reumütig zurück und Wolf hat mich dann begleitet zum Stasi-Verhör. Lass uns doch mal... Zu dieser Zeit kam Erich Honecker an die Macht und hat eine kleine Amnestie ausgesprochen für alle kleinen Verbrecher. Bereits mit deinem ersten LSD-Trip bist du bei Gott angekommen. Natürlich, das steht ja alles in meiner Autobiografie geschrieben. Ich habe mich erst sehr spät taufen lassen mit kleinen Babys zusammen. Mit 54. Campino, wann bist du das erste Mal auf Nina aufmerksam geworden? Weil die... Ah ja, das war so um 78 rum Nina Hagenband. Ich-Klotz-TV war natürlich von den Tubes, die wir auch mochten, eine sagenhafte Adaption. Sensationell. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er ein englisches Lied auf Deutsch noch verbessert hätte. Ja, das stimmt. Und mir ging es dann genauso, dass ich gedacht habe, das ist einfach die Sängerin mit der unglaublichsten Bandbreite. Und einfach toll, toll, dass sie da war. Das mit dem Punk ging bei mir. Aber das war immer... Gilo, lief bei dir zu Hause irgendeine Version von Nina, von ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen? War das eine Musik? Bei meinen Eltern oder was? War das bei dir auch zu Hause? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Klar, natürlich, alle Leute waren total scharf auf Nina. Und ich habe gerade gesagt, ich war ja sogar auf deiner Hochzeit in Ibiza. Weil das war das erste Jahr, als ich in Ibiza lebte, in San Carlos. Und da hat eine Freundin gesagt, ich nehme dich mit auf eine Hochzeitsparty. Und da bin ich dahin und dann... Da sind wir uns ja dann auch begegnet. Ja, genau. Und das war... Und ich habe das sehr geliebt. Also ich hatte eine Freundin, die ist durchgedreht damals. Die hat alles Nina Hagen. Das war ja auch meine Zeit. Das mit dem Punk ging ja 1977 in London los. Auch für mich. Da war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben dort. Und habe dort die Slits kennengelernt. Und auch die Sex Pistols. Und ich wurde die beste Freundin von Ariane von den Slits. Die wunderbare freche Sängerin, der ganz... Die Slits waren eine Mädchenband. Nur Mädchen. Und ich war die Stubenälteste. Ich war schon Mitte 20 und die waren alle Mitte 19. Deswegen nennen die mich Mutter des Punk. Weil ich selbst habe den Punk weder erfunden noch selbst entwickelt. Aber du hast ihn begleitet. Ich habe jüngere Kolleginnen sozusagen beschützt. Und wie neulich da in so einer Jury ich auch mal versucht habe... Begleitet. ...Popstars zu helfen. Mut zu haben, wenn sie schon auf der Bühne gehen und so weiter. Das habe ich in London gemacht. Deswegen nennen die mich wahrscheinlich Mother of Sons. Aber Punk war für dich eine Befreiung. Würdest du das gelten lassen? Ein Weg zu dir selbst? Ja, stimmt das? Oder ist das ein falsches Etikett? Ja, das stimmt so nicht. Weil ich bin ja ein alter Hippie. Face it. Und auch in der Zeit, wo wir Roxy-Music-Fans waren. Wir haben uns damals in der DDR schon den Mund schwarz gemalt. Und die Haare mit Gel. Also mehr Roxy ging nicht. Du hast das. Ich hab mich auf.